Norddeutscher Rundfunk 2021 Komm mal bei der Eisdiele vorbei Hier triffst du nicht nur neue Freunde Du kannst auch coole Eisbecher zubereiten Hol dir neue Outfits und mach dich schick Die Auswahl ist einfach riesig Oder besuch den T-Shirt-Laden Oder das Autokino Oder das Shake it up Tanzstudio Wohin du auch gehst, hier ist einfach immer was los Mach noch heute kostenlos mit Auf DisneyChannel.de